Hallo zusammen, mich ist wieder Heutjeler und ciao wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und so haute ich euch heute wieder so ein kleines Video aus meiner Gold-Tagebuchreihe präsentieren. Und ja, wir wollen uns diesmal wieder angucken, was ich so den, ja etwa letzten Monat an Gold-Stuff gemacht habe, was wir so eingenommen haben. Und ja, diesmal sind wir ein bisschen verzögert dran. Nach dem Grund, ich war ein bisschen krank gewesen. Und normalerweise nehme ich es ja alle vier Wochen auf. Jetzt sind wir ein, zwei Tage später, was jetzt theoretisch nicht so das Riesen-Drama ist. Da haben wir halt zwei, drei Tage mehr drin. Das Problem ist aber, das Gold läuft nach 30 Tagen ab. Und es könnte sein, dass mir jetzt ein bisschen was abgelaufen ist. Das werden wir jetzt gleich im Postkasten checken. Ein bisschen Puffer habe ich immer durch die vier Wochen, das sind ja 28 Tage. Also es könnte sein, dass es knapp noch nicht abgelaufen ist oder nur ein bisschen was abgelaufen. Das müssen wir jetzt dann gleich mal ein bisschen gucken. Ich hatte aber ein bisschen wenig Stimme, deswegen konnte ich nichts aufnehmen. Und das hintere Gold kann man nicht rausnehmen. Man kann ja immer erst das Gold, was man als letztes verdient hat, rausnehmen. Das ist ein bisschen blöd. Deswegen, ja, ein bisschen merkt das vielleicht noch. Aber jetzt machen wir das Ganze einfach und schauen so ein bisschen. Bevor wir natürlich jetzt das Gold hier rausnehmen, würde ich sagen, schauen wir einmal rein, wo wir stehen. Und zwar waren wir das letzte Mal auf dem Stand, dass ich auf dem Main-Account noch 9,4 Millionen hatte, auf dem Second-Account noch 18 Millionen, knappe 19 und zusammen waren es 28,4. Wir hatten das letzte Mal ja 32 Millionen ausgegeben, fast 33. Ihr seht hier, das sind immer, also quasi um die Tabelle so ein bisschen zu erklären, die ersten beiden Werte sind immer mein Main- und Second-Account. Das ist das, was dann zusammen drauf ist. Das ist immer, was ich eingenommen habe oder ausgegeben habe. Dann, also die Gesamtsumme, ne, in dem Monat. Und hier hinten sind die Konsumausgaben. Also das sind die Werte der Konsumausgaben. Konsumausgaben sind immer Sachen, die nichts mit dem Gold-Making an sich zu tun haben. Heißt, ich kaufe mir ein teures Mount, ich kaufe mir ein teures Pad, ich kaufe mir irgendwo einen Boost-Stand oder sowas. Das hat ja mit dem Gold-Making nichts zu tun. Das sind einfach Ausgaben, die quasi so dazukommen. Diese Ausgaben werden dann immer hier zusammengerechnet. Da waren es jetzt knappe 33 Millionen. Und wenn ich diese Ausgaben rausrechnen würde, aus dem, was wir quasi, ähm, ja, aus dem, was wir quasi gemacht hätten, dann wäre das der normale Gewinn. Also hier seht ihr immer den richtigen Gewinn minus der Konsumausgaben, ne. Und hier vorne ist dann das, was sich an Gold quasi tatsächlich geändert hat. Da sind die Konsumausgaben mit drin, die ja nichts mit dem Gold-Making zu tun haben. Ich sage mal so, wenn ich jetzt sehe, hier von 200 Millionen sind wir jetzt auf 28 runter. Und wir werden noch weiter runterfallen, weil ich jetzt in letzter Zeit nicht mehr so viel Gold, ähm, eingenommen habe. Hier in Shadowlands waren es ja dann teilweise mal, ähm, zweistellige Millionenbeträge, 40 Millionen, 20 Millionen. Das ist jetzt hier in Dragonflight vielleicht nicht mehr so viel. Da sind es dann mal hier 5 Millionen, vielleicht hier im letzten Mal waren es nur 2,6. Und die Konsumausgaben sind ja relativ hoch, ne. Also da habe ich mal 2 Millionen, 1 Million, 33 Millionen knapp und in, sorry, ich muss mir immer ein bisschen Rollsberne husten, ist immer noch nicht ganz weg. Ich versuche euch aber vom Gehuste zu ersparen. Ähm, wenn wir jetzt hier noch so reingucken, seht ihr, dass ich jetzt einiges ausgegeben habe. Hier eine Million, da 1,2 Millionen, 1,6 Millionen, 2,3 Millionen, 8,5 Millionen, 125.000. Zu all diesen Sachen, ähm, mache ich eine andere Videoreihe und die schimpft sich quasi Waste of Money. Und da zeige ich immer, für was ich, äh, quasi größer so meinen Gold ausgebe. Gut, insgesamt waren es jetzt knappe 15 Millionen, die wir ausgegeben hatten und 28 hatten wir noch, ne. Heißt, wir müssen jetzt nur so 14 irgendwas haben. Jetzt schauen wir mal rein, wie der Ist-Stand ist und dann nehmen wir das ganze Zeug raus. Also auf dem Main-Account habe ich noch 6,1 Millionen und auf dem Second-Account, switch mal rüber, 8,6, also sind das 14 und ein paar zerhackten, also kommt ganz gut hin. Und jetzt würde ich sagen, fangen wir an mit dem Gold rausnehmen. Ähm, auf dem Main-Account hat sich ein bisschen was getan. Ich habe ein paar, ähm, Charaktere getranst. Das heißt, ähm, auf dem Server Lothar, wo ich vorher auch immer quasi, ähm, ja, ein Postkasten-Opening gemacht habe, der fällt jetzt weg, weil ich die ganzen Sachen oder die ganzen Chars hier auf dem Server getranst habe, hat einfach damit zu tun, dass ich alle meine Rezept-Chars, also ich sammle ja unter anderem alle Rezepte, dass ich die auf einem Server haben wollte. Und dementsprechend kann ich jetzt mit einem Char hier die ganzen Sachen verkaufen. Der Char, der vorher auf Lothar war, ist jetzt dementsprechend auch hier. Und ja, mein Main hat einen Haufen Stuff dementsprechend im Postkasten. Ihr seht, ähm, 100, äh, nee, 776 Sachen. Also da haben wir, denke ich mal, einiges, was wir rausnehmen können. Das machen wir jetzt aber nicht als erstes, sondern wir gehen erst auf den Second-Account, hier auf meinem Char auf Antonidas. Und hier haben wir jetzt schlappe 160 Sachen drin. Ähm, wir können mal ein bisschen gucken, was wir verkauft haben. Unter anderem so ein bisschen die High-Ticket-Sachen, marktlose Kampfsteine. Das sind diese Pet-Battle-Steine. Ich, ähm, also das sind diese hier. Es gibt aber auch welche, die nicht Blizzard-Account gebunden sind, sondern welche, die man im AH verkaufen kann. Ich level immer nebenbei ein paar Chars über Pet-Battle. Ich finde das ganz angenehm. Und dann kannst du mit wenigen Klicks, kannst du deine Chars da immer hochziehen. Und da, ähm, droppen dann halt random diese Steine. Und auch teilweise die, die man im AH verkaufen kann. Was haben wir hier noch so dabei? Achso, das sind noch mehr Pet-Battle-Steine. Dann ein paar, ähm, Gear-Items haben wir dabei. Überwiegend Materialien, die hier abfallen. Hier eine Formel. Urfrost für 14.000 verkauft. Was haben wir hier? Noch mehr Kammsteine, ihr seht. Ich hab, äh, ein paar Chars in letzter Zeit durchgelockt und diese ganzen Sachen mal zusammengeschickt, ne? Ähm. Zu 90% sind meine Chars, sehen übelst aus. Dann ist ein ganzer Inventar voll, irgendwer hier misst, äh, voll. Und ich hab letztens ein bisschen durchgelockt und ein paar tatsächlich das Inventar geklient. Und das führt meistens immer dazu, dass erstmal das Inventar von den Chars sauber ist und dass ich dann immer die ganzen Sachen, die ganzen Crap zu irgendwelchen Verkaufs-Char schick, wie den hier. Und dann werden die Sachen quasi ins Aha gehauen. Und ein bisschen was an Gold kriegt man da rum. Ist jetzt nicht krass, ne? Da haben wir noch ein Pet verkauft. Hier noch ein paar, ähm, Tremok-Teile. Das ist auch nochmal ein T-Mok-Teil. Ja, also das ist ein Haufen Ramsch, ne? Das hier ist quasi so auf Antonida, das ist mein Ramsch-Verkaufs-Char. Und, ja, große Summen gehen da natürlich nicht, ganz klar. Aber so Kleinvieh, ähm, ne? Macht natürlich auch Mist und dementsprechend kriegt man da ein bisschen was zusammen. Schauen wir mal, was wir unten noch drin haben. Nach, ähm, 100 Nachrichten kommen ja dann quasi immer die nächste Seite. Das muss ich dann immer einmal aktualisieren. Schauen wir mal, was wir da noch so alles Tolles drin haben. Oh, das war kurz vorm Auslauf. Es waren wenige Stunden. Also mir ist anscheinend schon ein bisschen was ausgelaufen. Theoretisch kann man sich das wiederholen. Da müsste ich mal gucken. Jetzt habe ich, äh, hier das automatische Ding nicht gestoppt. Sonst hätten wir es gesehen. Aber es war auf jeden Fall rot. Es waren wenige Stunden, die noch gefehlt haben. So, was haben wir hier eingenommen? Äh, 239.000 Gold. Relativ genau. Ist jetzt nicht gut, aber okay. So, dann locken wir mal um. Und zwar habe ich hier auf Antonidas noch zwei weitere Chars. Einmal habe ich, ähm, meinen Hunter noch. Und dann habe ich meinen Monk noch. Und mit den beiden verkaufe ich diese alten Legendary-Teile aus Shadowlands. Hat so ein bisschen den Hintergrund, dass man mit denen tatsächlich noch Gold machen kann. Da man das jetzt als T-Mock-Items benutzen kann. Und diese T-Mock-Items, ähm, spiegeln quasi das Set aus, ähm, dem Sylvanas-Raid wieder. Äh, Sanctum of Domination oder so wie das heißt. Und dementsprechend, ja, kann das ganz interessant sein. Äh, vor allem die Platten-Sachen sind noch ganz gut in der Gewinnspanne. Ne, Kette und Leder ist okay. Stoff kannst du meistens komplett vergessen. Aber ich habe alles von dem Stuff im Auktionshaus drin. Ein bisschen was kann man damit noch machen. Und ich würde sagen, da schauen wir jetzt einmal rein. Ähm, naja. Mein Hunter ist unter anderem auch der Char, der hier diese ganzen, ähm, Account-Gear-Sachen im Inventar hat. Ich kann euch mal so ein bisschen off-topic-mäßig was zeigen. Also, ich habe, ähm, alle möglichen Chars auf meinem Account schon damit ausstaffiert. Mit dem Stuff hier. Das ist ganz praktisch so. Hier, hier seht ihr das, das Gedöns. Ich habe mir auch alle Sets geholt, ne. Also, ähm, alle NHC und HC-Sets von allen Klassen. Das sind einige Items. Und ich habe trotzdem noch, ach so, der hat jetzt hier die Add-ons nicht an. Seht ihr? Die ganze Bank hier voll. Da ist sogar noch eine Tach. Ja, ich kann nicht alle aufmachen, aber halt doch. So können wir es machen. Seht ihr, die ganze Bank ist an. Warte mal, ein bisschen Platz haben. Ja, dann kann ich das Zeug noch loswerden. Machen wir das gleich noch am Rande. Also, da habe ich ewig viel von dem Stuff noch. Ich habe das mal ein bisschen gegrindet. Und wie gesagt, ich habe schon zwei oder dreimal, was ich jetzt auf der Bank habe, schon und meine verschiedenen Chars verfüttert. Ich habe ja mittlerweile 60 Chars oder so, die auf Max-Level sind. Also, doch einiges. So. Oh, acht Stunden, seht ihr? Hier, acht Stunden, zehn Stunden. Ich weiß jetzt nicht, ob schon was ausgelaufen ist oder was wir gerade noch geschafft haben. Ähm, und ja, hier seht ihr, habe ich ein paar Sachen verkauft. Leder und Kette sind das. Aber da sind die Gewinnsparen nicht geil, ne? Also ihr seht, äh, gut, es sind auch ein paar Materialien dabei, aber 2000, 1000, 2000, mal hier 7k. Die Hashtag-Kosten liegen wahrscheinlich auch um die 1000 Gold. Also, oder ein bisschen unter 1000 Gold. Also krass ist es nicht. Ein bisschen was. Klar nimmt man mit ein. Viel Aufwand ist es auch nicht, den Stuff da einzustellen. Aber der große Gewinn ist es leider nicht mehr. So, dann nehmen wir das mal einmal raus. Und dann haben wir sogar noch mehr so dieses, äh, Premieristen-Gear. Was war das jetzt hier? Ähm, ein bisschen über 100k, oder? Halt, das ist die Haltbarkeit. Hier, 151k. Naja, gut. Naja, gut. Wo ich auch ein bisschen Gold mitgemacht habe. Ich habe in letzter Zeit ein bisschen was geboostet. Und zwar, ähm, hatte ich im Nocute geboostet. Ich kann euch das mal kurz zeigen. Ich habe ein bisschen Level-Boost gemacht. Äh, hier oben, fest zu Nocute. Ähm, ein paar Leute quasi, ähm, gezogen, ne? Mit meinem Main. Hab da ja halbwegs okayes Equip. 4, 18, 4, 19. Und, ähm, teilweise booste ich da halt einfach Leute, ähm, gegen Gold. Ein bisschen EP-technisch. Geht eigentlich relativ schnell. Eineinhalb Stunden oder so. Ein bisschen mehr vielleicht. Von 60 auf 70. Und hab da jetzt so 5, 6, 700.000 gemacht jetzt im letzten Monat. Hab das jetzt nicht sonderlich oft gemacht. Ich glaube, einmal, einen Samstagnachmittag hab ich da mal ein bisschen durchgezogen. Und dann nochmal einen, äh, einmal einen Abendbissel. Das ist schon ein ganz gutes Gold. Und nebenbei konnte ich meine eigenen Charts noch ziehen. Denn es ist tatsächlich so, dass, äh, die EP nicht mehr aufgeteilt wird. Sondern die Mobs feste EP haben. Und ob du jetzt 1 ziehst oder 5, bleibt sich komplett gleich. Man kriegt sogar mehr EP, wenn mehr Leute in der Gruppe sind. Weil dann gibt's einen Gruppen-Botus für jeden nochmal 5% extra. Was ein bisschen weird ist. Man möchte ja eigentlich meinen, umso mehr, äh, Leute in der Gruppe sind, umso mehr wird's aufgeteilt. Aber das hat das ein bisschen geändert. Vor allem bei den Elite-Mobs. Also man kriegt einen festen Wert, egal wie viele Leute in der Gruppe sind. Außer es ist ein Raid. Dann kriegt's ein Raid-Malus, ne? Aber solange es 5 Leute sind. Und deswegen hab ich jetzt auch einige Charts. Und ich halt nebenbei, immer wenn ich einen quasi hochgezogen hab, äh, hab ich doch viel von meinen Charts nebenbei hochziehen können. Das war ganz angenehm. Genau, also da hab ich ein bisschen Gold noch mitgemacht. Und ein bisschen Gold hab ich auch tatsächlich dadurch gemacht, dass ich hier Sachen crafte. Ne? Ich hab ja jetzt alle möglichen Berufe hier. Aber das ist natürlich alles nicht im Postkasten, sondern nimm dann halt, crafte dann halt irgendwelche so Items, ne? Auf der maximalen Stufe und krieg dann immer ein bisschen Gold, ne? Ich hab ja hier Lederer komplett ausgeskillt und unter anderem, ähm, auch Schmied und so. Und bin jetzt auch grad dabei, ähm, hier bei Rüstungsschmied die Rüstungen rein, äh, zu kaufen. Beziehungsweise bei Kette halt hier auch die Kettensachen, ne? Aber das ist nur so im, im Anlaufen. Wobei man muss natürlich sagen, ich poste es selten im Aha, äh, im Aha sag ich selten im, ähm, Handelschannel. Vielleicht mal am Tag, wenn ich hier irgendwelche Sachen einstelle, mal ein, zwei Mal, aber nicht die ganze Zeit. Ne? Also da ist eher ein kleiner Betrag, was das Gold angeht. So, dann, ähm, schauen wir jetzt hier bei meinem Monk noch. Ich stehe immer noch bei Muddy Love hier in Reventrest. Da kann man so ein Rare beschwören, da brauche ich immer noch was. Und der Char hier ist der Einzige, der das beschwören kann. Deswegen, ähm, stehe ich mit dem hier noch rum. So, jetzt stellen wir mal den Postkasten einmal schnell auf. Und, ah, da sind auch noch Items drin. Und ihr seht, hier verkauft. Jetzt nehmen wir erstmal die abgelaufenen Sachen raus, dass wir das Gold ein bisschen besser sehen. Also mit dem habe ich die Stoff-Items drin und die Platten-Sachen. Stoff kannst du ziemlich knicken, muss ich sagen. Die Platten-Sachen, die sind tatsächlich ein bisschen mehr wert. Seht ihr mal hier, 11.000, 8.000, 6.000, 7.000. Die kosten natürlich auch mehr zum Herstellen, ne, brauchen wir nicht drüber reden. Die kosten dann nicht 1.000 Gold zum Herstellen, sondern 2.000, 3.000. Aber wenn man die dann halt für 7, 8 verkauft, hat man trotzdem mehr Gewinn. Und ihr seht teilweise auch für 23k hier Sachen verkauft. Ah, ist natürlich dann schick. So, das nehmen wir mal raus. 380.000 sind hier drin. Not bad, würde ich mal sagen. Damit lässt sich auf jeden Fall arbeiten. Und ja. Also bei diesen ganzen Sachen mache ich keine Reposte oder so. Die stelle ich ein bis zweimal am Tag vielleicht ein. Äh, alle ein bis zwei Tage so rum. Stelle ich die ein, ne. Die habe ich ja meistens 24 Stunden im Auktionshaus. Und das war's, ne. Also da mache ich keinen Preiskampf. Wenn ein bisschen was rumkommt bei, ist schön. Aber da gucke ich jetzt nicht, dass ich da versuche, ähm, krass irgendwie mit anderen Leuten mich zu battlen mit Reposte und Preiskampf. Weil das macht gar keinen Sinn. Da sind die Gewinnmargen eh relativ niedrig. Also das rentiert sich nicht. So, dann stellen wir das jetzt gleich noch ein. Und dann haben wir eigentlich den Second Account soweit schon durch. Hab dementsprechend, ähm, meine drei Chars of Antonidas. Mehr mache ich eigentlich da nicht. Und dann würde ich sagen, schauen wir jetzt noch auf meinen Main. Der hat halt, wie gesagt, querbeet, ne. Der, mit dem habe ich auch ein paar von diesen Craft Items drin. Äh, da habe ich auch alle möglichen, ähm, T-Mock Sachen. Irgendwelche Mats alten Dönse drin. Also da schmeiße ich einfach alles mögliche mal her. Und jetzt seit ein, zwei Wochen oder so, seit ich die Chars rüber getranst habe, habe ich natürlich noch wesentlich einen größeren Pool an Items. Und dementsprechend, ja. Mal gucken. So, ihr seht, wir haben jetzt hier... Ich hätte jetzt hier 256.000 ausgegeben, die Sitzung. Das macht... Irgendwann habe ich irgendwas gekauft? Nee. Ach, doch. Richtig. Ich habe, ähm, Materialien gekauft zum Reposten. Ähm, wartet mal. Dann tun wir jetzt hier kurz ein Relog machen. Und zwar habe ich, ähm, gerade vorm Video die ganzen Sachen aufge... Quasi restockt, ne. Das ist ja so. Das ist auch immer ein bisschen was kostet, diese ganzen Sachen zu craften. Und vielleicht habe ich es beim Main ein bisschen schleifen lassen. Vor allem das Plattenzeug. Ich hatte hier nichts mehr von diesen Items und musste alle neu craften, ne. Also wichtig ist auch immer, wenn ihr das auch craften wollt, immer hier den Rang 1 zu craften. Weil das T-Mock, also das Rang 1-Teil bringt dir das gleiche Mock-Teil wie das Rang 4-Teil, ne. Und ihr seht, beim Rang 4 brauche ich zum Beispiel hier 80 Barren, um es zu craften. Und hier nur 20. Also, äh, Rang 4 kostet deutlich mehr. Oder auch die anderen höheren Rang kosten deutlich mehr als der Rang 1. Heißt, immer schön den Rang 1 craften, weil ihr kriegt das gleiche T-Mock draus, ne. Und ich bezweifle mal, dass es viele Leute noch gibt, die sich wirklich die Legendaries holen wollen. Weil, ähm, was willst du damit, ne. Gut, es gibt immer Leute, aber craftet einfach den Rang 1. Die meisten kaufen es wegen dem Mock, ne. Und ja, da habe ich alles komplett gerestockt. Ihr seht, hier unten haben wir auch die Herstellpreise, ne. Herst zum Beispiel Hosen herstellen. Rang 4, 13.000 Gold. Rang 1, 3600 Gold. Also, ich habe hier unten, glaube ich, auch mit Auktionator ist es, meine ich. Auch, ähm, die Gewinne. Und bei Rang 1 bist du eigentlich immer im Gewinnbereich. Und bei den anderen Rängen meistens nicht unbedingt. Gut. So, jetzt schauen wir mal. Sind wir schon reloggt? Ja, wunderbar. Und da würde ich sagen, ähm, schauen wir mal rein, was hier so drin ist. Also, ihr seht, hier habe ich auch ein paar Sachen verkauft. Oh, sogar, das sind die Knochen der Items. Das ist, glaube ich, Kette. Sogar ein bisschen Gewinn gemacht. Dann irgendeine Robe. Das wird irgendein T-Mock-Item sein. Und hier noch irgendwelche Sachen. Äh, gut. Hier, eine Illusion. Illusion über Feuer habe ich für 36.000 verkauft. Gut, okay. Dann schauen wir mal. Ich habe 600, äh, nee, 776 Verkäufe hier drin. Mal gucken, was da overall drin ist. Ob wir da noch irgendwelche High-Ticket-Sachen mit dabei haben. Dann können wir ja immer so ein bisschen mit durchgucken. Ja, es ist halt auch viel Kleinmist, ne? Mit meinen Twinks und mit den Bane, ne? Wenn ich unterwegs bin, irgendwelche Sachen, Farmer oder so, fällt halt immer das eine oder andere ab. Und das ganze, den ganzen Stuff haue ich dann ins Auktionshaus rein. Mit TSM ist es eigentlich eine relativ entspannte Angelegenheit. Mal, wenn sich das resetet. 12K. Ah, doch, die Schatten-Schreckenschützer, das ist, glaube ich, ein Platten-Gedönse. Kurz zu und wieder auf, dann können wir mal gucken. Sonst geht es immer so durch. Hoffnungstöter, das wird wahrscheinlich auch irgendein T-Mock-Item sein. Ja, also ihr seht schon, T-Mock verkauft sich, wenn man eine Masse hat. Oh, schau mal, Gram. Die Gram-Sachen, das ist, glaube ich, das Lederzeug. Aber es geht hier auch für mehr, ne? Äh, das geht hier für 6, 7, 8k teilweise. Und das hat wirklich nur so 1000 Gold-Craft. Ah, okay. Also hier, Blackmore scheint ein bisschen besserer Server zu sein, was die Gewinnmargen angeht von diesen Legendary-Dingern. Also ihr seht, die werden schon verkauft, ne? Sogar, ähm, relativ viele, muss ich sagen. Und ich mache, wie gesagt, keine Repos, weil das rentiert sich meiner Meinung nach. Ach, schau mal, Jungen, wir setzen da, äh, dieser Welpling. Das ist, ähm, so ein Ding, was ein Juwel-Craften kann, ne? Ab und an kriegt man dir aus diesen Truhen diese Steinchen raus. Weil man diese, ähm, diese Pläne am Anfang schon hatte. Und, ähm, kann sich dann so Pets draus bauen. Ich mache das tatsächlich immer, dass ich diese Kisten öffne, weil man einmal wöchentlich quasi aus den Kisten jeweils zwei Skill-Punkte rausziehen kann, ne? Deswegen mache ich das mit meinem Main, beziehungsweise halt mit meinen anderen Craft-Chars. Ich habe dann, äh, quasi für Juven-Char, für Inschriften-Kundin-Char, für Eichin-Char, für, ähm, Schneider-VZ-Char, für Injin-Char. Der ist jetzt hier für, ähm, Schmied und Lederer. Und dementsprechend, ähm, ja, kommt da da einiges bei rum. Warte mal, jetzt machen wir es nochmal zu, nochmal gucken. Da war, glaube ich, nochmal was Höheres drin. Was haben wir hier? Ah, schon mal noch mehr Kampfsteine, ne? Äh, urzeitliches Federmaus-Leder. Das habe ich, glaube ich, nicht gefarmt. Das war, glaube ich, noch über von meinem G-Crafte. Was haben wir noch tolles? Item, naja, gut, das ist hauptsächlich Crap, wenn wir ehrlich sind. Aber mal gucken, was da am Ende rauskommt, ne? Bei 700 Items summiert sich auch ein bisschen was an. Das sind auch teilweise Sachen, ähm, wie hier Vorlagen, ne? Also irgendwelche Pläne oder, äh, auch aktuelle Matts und alte Matts. Alles wirklich querbeet durch. Das Gute ist, die ganzen, äh, Materialien, vor allem auch die alten, gehen jetzt relativ zügig weg. Uh, hier haben wir schon mal so eine Brustplatte für Schmied 16.000. Das ist auf jeden Fall auch ein gutes Stück im Gewinnspektrum. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass man jetzt das krasse Gold macht mit diesen alten Legendary-Teilen aus Shadowlands. Aber, naja, so ein, so ein solides Fundament, viel, net viel Arbeit ist es auf jeden Fall. Also ich denke, ich werde das jetzt mal noch weitermachen. Mein, äh, Plan ist immer so, dass ich von allem, die quasi in der Gewinnspanne sind, äh, dass ich davon immer fünf, ähm, auf Lager hab und die quasi immer im Abverkauf. Und wenn es dann zu weit runter droppt, dann tue ich immer wieder ein bisschen restocken. Ich soll es öfter machen. Jetzt habe ich es teilweise nur einmal wöchentlich gemacht. Oder manchmal auch, wie beim Main, ein bisschen zu sehr schleifen lassen. Ich hatte aber auch die Problematik, dass TSM rumgespackt hat. Warte mal, jetzt brechen wir das nochmal einmal ab. Und ich dann immer alles händisch einstellen musste, was ein bisschen nervig ist tatsächlich. Also dann hat es sich irgendwie aufgehängt. Na, ich konnte nicht einstellen. Ich weiß auch nicht, an was das genau liegt. Ähm, und dann habe ich ein paar Tage mal das Postzeug drin gelassen, ne. Also richtig hinterher war ich auch nicht. Äh, so, warte mal, jetzt haben wir hier noch einen Haufen, ähm, Sachen, die ich nur löschen muss. Okay, das kann ich jetzt gleich mal noch machen. Jetzt gucken wir mal, was haben wir eingenommen? Na ja, ähm, wir haben eingenommen 895.000 Gold, also knappe 900k. Ist jetzt nicht viel, aber zumindest ein bisschen was. So, dann können wir jetzt einmal, äh, einen Kassensturz machen. Und mal schauen, was wir jetzt overall an Gold haben. Also beim Main bin ich jetzt bei 7.026.000. Und beim Second Account sind wir jetzt bei wie viel? 9.538.000. Jetzt ist natürlich die Geschichte, ähm, Ich habe noch ein bisschen Gold, ein paar 100k sind das, äh, auf dem WoW-Account 3 und 4. Aber die tue ich jetzt in die Berechnung nicht einbeziehen. Da habe ich nämlich tatsächlich die Addons auch nicht alle an. Also, äh, Dings hier nicht. Äh, äh, Alterholic, ich sag's immer falsch, um das alles zusammen zu sehen. Aber es sind nicht die Riesensummen, ne. Es ist auf jeden Fall unter einer Million, was ich da noch habe. Genau weiß ich es ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe auf verschiedenen Server da noch Kleinbeträge. Aber die ignorieren wir jetzt einfach, ne. Da fange ich jetzt nicht an. Also wir haben jetzt dann zusammen auf beiden Accounts noch 16 Millionen. Heißt, wir haben ein Minus gemacht von 11,8 Millionen. Mal wieder ein Haufen Minus. Äh, hatten aber eigentlich fast 15 Millionen Minus. Und wenn wir die Konsumausgaben rausrechnen, habe ich quasi, äh, hätte ich quasi 3 Millionen plus gemacht. Das, äh, ist wahrscheinlich jetzt einiges aus den Postkästen, ne, die wir jetzt gerade geöffnet haben. Dann, äh, ein guter Teil von dem Boosten. 5, 6, 700k habe ich ja übers Boosten eingenommen. Und dann auch ein bisschen was über die Berufe, ne. Wo ich dann halt für Leuten was hergestellt habe. Genau. Ähm, habe ich viel Zeit in Goldmaking den Monat investiert. So gut wie gar nicht. Bisschen repostet. Mal die, äh, 4, 5 Stunden fürs Boosten. Und, ja, sonst halt, während ich die Sachen eingestellt habe, im Handelsstelle gepostet, ne. Also wirklich so das Minimum. Dafür ist ganz gut was rumgekommen. 3 Millionen ist jetzt nicht krass. Aber, äh, für das, was ich an Zeit investiert habe, ist es okay. Ne, kann man nichts sagen. Äh, das einzige Problem, ich gehe langsam mit dem Gold ein bisschen zu neige. 16 Millionen habe ich noch. Jetzt wird es dann langsam ein bisschen eng. Das Gute ist, eigentlich alle Sachen, die ich haben wollte, habe ich mir, äh, so aktuell gekauft gehabt. Ich habe alle Rezepte und so, die ich gebraucht habe von der Season 1. Habe ich auch alles, was ich haben wollte. Und, ja, jetzt werden wir nächste Season mal gucken, was da so auf mich zukommt. Auch neue Rezepte und so. Mal gucken, ob ich da wieder ein bisschen Gold ausgeben muss. Und, ja, vielleicht gibt es auch das eine oder andere, wie wir Gold einnehmen können. Und, ja, mal gucken. Da werden wir uns dann überraschen lassen, würde ich sagen. Und dann, ähm, sind wir eigentlich hier soweit durch. Habt mich gefällt, dass du bei wart. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euer Tila. Bis dahin. Ciao.